Ich habe 2001 mit Radsport begonnen und in meiner ganzen Karriere war ich dreimal bei den Olympischen Spielen. Ich habe achtmal den Weltmeistertitel gewonnen. Für mich aber ein absolutes Highlight waren natürlich die Olympischen Spiele in Tokio, die wir mit dreimal Weltrekord da zum Olympiasieg gerast sind. Das war schon so der Höhepunkt meiner Karriere und da blicke ich heute noch gerne drauf zurück.